Einfach häckseln. In der Praxis erfordert dies ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Arbeitsqualität. Genau aus diesem Grund arbeiten wir stetig daran, unsere Feldhäcksler Tag für Tag besser zu machen. Das Ergebnis unser neuer Feldhäcksler der Serie 9000. Zielsetzung bei der Entwicklung der 9000er Serie war es, die Durchsatzleistung nennenswert zu steigern und zugleich den Kraftstoffverbrauch für den Kunden deutlich spürbar zu senken. Wir haben uns für den Liebherr-Motor entschieden, weil dieser eine für den Feldhäcksler optimale Motorcharakteristik aufweist und sich zugleich durch einen niedrigen Kraftstoffverbrauch auszeichnet. Der Motor liefert eine konstante Leistung über ein sehr breites Drehzahlband und verfügt zudem über sehr hohe Drehmomentreserven auch im niedrigen Drehzahlbereich. Der V12-Motor ist aufgrund seiner Bauform wie gemacht für unseren Motorraum. Um die Leistung des Motors optimal zu nutzen und eine ideale Kraftübertragung sicherzustellen, haben wir den Antriebsstand weiter verbessert. Das Übersetzungsverhältnis des Winkelgetriebes ist optimal auf die Charakteristik des V12-Motors abgestimmt. Außerdem ist der Vorsatzantrieb für Höheleistungen und Durchsätze ausgelegt. Um dem höheren Durchsatz der 9000er-Serie gerecht zu werden, haben wir beispielsweise die Messertrommel-Drehzahl und das Drehmoment an den Vorgrösswalzen erhöht. Wir haben uns für diese konsequente Weiterentwicklung klare Ziele gesetzt. Wenigstens 10% mehr Produktivität und wenigstens 10% weniger Kraftstoffverbrauch. Gleichzeitig wollten wir dieses neue Leistungsniveau auch optisch darstellen. Hierfür haben wir unsere Maschine vom Styling her nochmal deutlich dynamischer gestaltet. Man sieht jetzt ganz klar, der 9000er ist Chef im Ring. lieben in dem momen, die sind im Ring. Vielen Dank.